UNTERTITELUNG Wir können gar nicht streiten. Du hast mir zu. Weißt du nicht oder kannst du nicht? Ich finde, wir fahren morgen wieder zurück. Was willst du denn hier? Ihr zwei, ihr müsst mal wieder ein bisschen Spaß haben zusammen. Und das ist bei Barbara eine richtige Ü50-Party. Auf die Liebe! Auf die Freundschaft! Was macht ihr denn mit meiner Frau? Flirten. Wir sind hier in Frankreich. Ja, aber ... Stehst du auf den? Ich würde den auch nehmen. Aber er pflückt sich junges Gemüse wie deine Tochter. Können wir reinpacken mit unseren Hängetitten? Das ist toll! Ich habe überall den! Ich finde Frank toll. Der ist unkompliziert. Sagt, was er denkt, macht, was er will. Keine ständige Subtextsuche wie bei uns in der Familie. In unserem Leben bist du eigentlich glücklich damit? Oder stellst du dir ein anderes Leben vor? Oder stellst du dir ein anderes Leben vor? Salut Jean-Pierre! Auf die sexlosen Fünfziger! Wolltest du doch mal mit mir schlafen? Also ... Ja, also früher wollte ich ... Vielleicht. Ich will jetzt. Ich will jetzt. ... ...